Hallihallo und herzlich willkommen zurück Die Insel Wir sind auf, wie sag mal Tag 8 angekommen Und sind unten im Dungeon Hier unten gibt es keine Uhrzeit, hier gibt es nur Creepers, die aussehen wie 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 heißt der Nochmal Groot? Ja, keine Ahnung Ja, also Tag 7 mittlerweile Und Wir holen uns Material hier raus Und werden unten den Dungeon mal schön Ausleuchten Ich muss nur immer ein Auge auf die Creeps werfen Weil die sind meine größten Feinde, die Creeps Das ist gleich ein Doppelpack an Creep Und da drüben geht es In dem Dungeon nochmal auf der anderen Seite weiter Ja, wir werden auf jeden Fall Richtig Doll ausleuchten alles Und Ich bin da oben, guck mal Die haben mich vergiftet, die Sau Die Sau Da unten, guck mal, da sind ganz viele Spinnnäste Da weiß ich doch schon, was los Ja Ich kann jetzt nur warten, ne? Bis das Zeug weg ist Ich hab nix dabei So, hier geht's Ausgang Ich mach da immer ein Screenshot Irgendwo hab ich mir die Taste falsch belegt Deswegen Irgendwo hab ich mir die Taste falsch belegt Hier war es zum Ausgang Genau Da oben ging's Müssen wir uns nämlich immer mal wieder markieren Das ist ja essentiell wichtig Hier oben rechts Da geht's Da müssen wir nämlich gucken, dass wir da den richtigen Weg finden Jetzt gucken wir mal unten bei den ganzen Spinnen Ob wir da nochmal Uns zurechtfinden Da geht's raus Da geht's raus So Ab und zu müssen wir nämlich auf Guck mal, da unten ist wieder eine Spinne Da ist ein Spawner Nur gucken, dass wir da nicht so Die kleinen Höhlen-Spinnen, die sind echt fies Die vergiften dich Wah, shit Wah, shit Wah, schon wieder Guck, 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 guck So, und zurück Und vor Und zurück Und vor Und zurück Okay Ja Okay, was haben wir hier? Spinne-Spawner Ja, guck Weg, weg, weg Ah, wie die einen vergiften Und das klopft mir die Herzen runter Jetzt aber Erstmal weg Ein Herz Nein Stirb nicht in der Ohne Gibt mich in der Höhle Alter Fade Knepplich Ein halbes Herz Also ich hätte nicht gedacht, dass die Höhlen-Spinnen auf Hardcore So schwierig sind Also normalerweise habe ich mit den Spinnen eigentlich keine Probleme Aber das jetzt Das ist direkt ein bisschen schwierig Ja Freunde, Freunde Freunde, Freunde Jetzt warte ich erstmal ab Ich will trotzdem bis da unten schaffen Das muss weg Das Zeug Das muss weg Auch noch mehr Fackeln Deswegen brauche ich hier die Kohle Ja Ich hole mir die Kohle hier raus Zwei Dinger weiter Und ich kann hier abkürzen Und ich sollte mir angewöhnen Wirklich hier nicht nach oben zu buddeln Und nicht nach unten Okay, jetzt bin ich auch schon wieder gut aufgeladen Schauen wir mal Ist eine da Überall Licht Was ist denn da hinten? Ah, da ist ein anderes Ding So, jetzt hoffe ich, dass ich genug Licht habe Der hat einen Bogen in der Hand Aber schießt nicht Das ist ein Zombie-Ding, ne? So Nach einer Fackel gesetzt Gut Ich glaube Das haben wir geschafft Oh, 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 oh Bin er Nein Boah, die kommt nur in die Nähe Und schon bin ich dran Geh lieber weg Weil wenn der doch nochmal mit dem Bogen schießen sollte Böse Höhle Böse Höhle So Mir geht echt die Nahrung ein bisschen ab, hier, ne? Ja, siehste Uh Nicht so viel Pfeile Nein Ah, ich habe zu wenig Herzen Ah, das ist mir nix Da baue ich lieber noch irgendwas ab Oder crafte mir mal ein paar So, hier ist frei Hier ist frei Was wir machen könnten Wäre hier zum Beispiel nochmal Eine Craftingbox stellen Dass wir hier Sachen machen können Das ist wichtig Dass ich nicht mal ganz hoch laufe Und ich würde auch ganz gerne Einen Ofen hier hinstellen Um mein Eisen zu schmelzen So, da haben wir schon mal zwei Sachen Da haben wir schon mal zwei Sachen Die wichtig sind Das da rein Und jetzt machen wir Eisen Die Rüstung ist noch ganz gut soweit Jawohl Okay Ja, das ist schwierig Richtig schwierig Ich weiß gerade nicht, wie Pfeile gehen Ich würde es aber gerne wissen Also in der kurzen Zeit Schaue ich nochmal schnell Wie die Pfeile gehen Und entschuldige das Ich werde dir jetzt lachen Über mich Man, da brauchen Jeder Okay Ja, haben wir jetzt nicht Haben wir jetzt leider nicht da Ein Jammer Müssen wir mal gucken Ob wir die Hühner oben dann Mal erweitern Boah, jetzt Jetzt hab ich das Essen wieder So, dann können wir ja in der Zeit Mal hier nochmal gucken Jo, hau ne ab Ich mach Licht Ich bin noch nicht mal nachgelaufen Wo ist er hin? Da Da hat er sich versteckt Hier verstecken zählt nicht So, mein Freund Ausleuchten Ganz wichtig Ausleuchten Ganz wichtig Das ist ganz schön Groß hier Das Ding Also ganz ehrlich Das ist ja riesig groß hier Aber das ist nochmal Eisen Da würde ich gerne mal hinten Gucken, was da noch drin ist Oh Gut, ich hab noch was Und wenn hier so viel Lava läuft Dann müsste ich doch schon in der Nähe von Meinem besten Freund Die Diamanten sein, oder? Binnen wir mal das Loch aus Keiner reinfällt Komm, wo geht es nicht weg Komm, geht es nicht weg Geht es nicht mehr weg Mit Wasser Geht die Lava nicht mehr weg WTF Oh mein Gott Oh Mann Geht die Lava nicht weg Kommt man jetzt Kommt man es drüber Oder dran vorbei Genau Wir gehen dran vorbei einfach Lassen wir die Lava links liegen Und gucken mal Ob dahinter noch was ist Und da ist nix hin Eisen ist dahinter Das ist gut Viel Eisen Das werden wir auch brauchen noch Für das Werkzeug Und für Rüstung So Ich bin aber überlegen Ob ich mal Versuche Mal nach unten zu buddeln Hier in der Nähe von der Lava Ich habe da so eine Vermutung Ich habe Nichts gesehen Dergleichen Ein Let's Plays Nur von meinen eigenen Spielen her Kenne ich das ja so Dass da meistens Irgendwas sein könnte Da wohl Lava fliegt Deswegen werde ich das mal probieren Einfach mal hier Ein bisschen ran Und ein bisschen tiefer nochmal Ich weiß aber nicht Ob ich da irgendwo ankomme Ob es wirklich was gibt Ich probiere es einfach Auf jeden Fall höre ich Ein Sketti Siehste Jetzt Wäuchten wir bald schon wieder Das Eisen Geschmolzen Vielleicht nochmal zurücklaufen Da wird es ganz hinduscht Da Warum ist hier Erde? Jetzt ein Diamanten Ein wenigstens schon mal Ich glaube ich bin einfach Noch zu weit oben Hier Muss einfach noch weiter runter gehen Ich bin früher immer nur Gerannt in Minecraft Geht hier aber gar nicht So jetzt machen wir nochmal Fackeln Da fackeln wir nicht lang Und leuchten uns das mal aus Blubbert sehr laut hier gerade Es ist ja so Dass man weiter runter muss Deswegen buddeln wir uns Auch hier so hart runter Auch wenn es nicht immer Jedermanns Geschmack ist Aber wichtig ist Die Geräusche verraten vieles Und zwar Ist hier Wasser Und Lava am Werk Ich habe das Gefühl Es kommt von rechts Auf jeden Fall Und da ist schon mal die Lava Da will ich aber nicht rein Deswegen Wasch da wieder zu So Jetzt hört es sich auf der Seite an Als wäre da Wasser Keine Ahnung Ob ich hier richtig bin Ich glaube ja fast Ich bin hier falsch Aber Ich habe auf jeden Fall Das Ende erreicht Ihr lieben Leute Das Ende ist immer gut Eins Zwei Drei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Also Dann gucken wir mal Einfach mal Einfach mal Straight ahead Irgendwas wird kommen Irgendwas wird kommen Wird doch nicht eine Höhle sein Eine weitere Das ist ein Cooler Ausblick hier Redstone Ich bin schon mal Überlegen Ob ich noch In der gleichen Höhle bin Oder ob wir wirklich schon So ein Stück weiter sind Gehen wir mal hier runter Und darüber Und auf der Höhe von Redstone Auf der Höhe von Redstone Da findet man sehr oft auch Blaue Steine Oh oh Und Zombies Guck da hinten Creepy Komm Komm Creepy Komm Hehehe Hehehe Burns 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 Wie Hallo Habt ihr die ins Feuer Genau Spreng die Lava weg War auch eine coole Sache So Ich hätte gerne die Punkte Eigentlich Quatsch Auch gleich eine neue Spitzhacke Knurris sind da Dass die Lava nicht weg geht Von dem Wasser Doch Hier hat es funktioniert Zum Leidwesen Oh guck mal Schön eingesperrt Im Cobblestone Sehr gut Was ist denn das für einer Der sieht ja lustig aus Der sieht ja aus wie ich Fast Das ist ein Creeper gewesen Ich dachte das ist ein Zombie Ich dachte echt das ist ein Zombie Wow Hier blubberts und gluggerts Okay Brauche ich dann eigentlich Redstone Hier bei der Aufgabe Wahrscheinlich nicht Ich will mal hier nochmal was dran machen Bevor der nächste Creeper mir das weg sprengt So Ist aber echt ein bisschen blöd hier Du kommst hier ganz schwer hoch Wo gehst du hin Wo gehst du hin Wo gehst du hin Wow Mir geht nämlich schon wieder ein Hungerbalken weg Ich überlege mir hier Die verrottenen Freakies zu essen Wie viele andere Sachen Wird mir nicht übrig bleiben Wo kommen denn die jetzt alle her Oh ne Kartoffel dabei gehabt Das ist gut Nur zum Essen habe ich jetzt keine Zeit Ach toll Und ich dachte auch ein Creeper gehört zu haben Da hinten ist ein Sketti Ich bin gerade total sprachlos hier Über diese riesige Höhle Okay Sketti Sketti in Action Habe ich noch gar nicht so Lust drauf Ich bin nämlich noch unbewaffnet sage ich mal So einmal den Das ist gut Hätte mir mal ein paar Pfeile machen können Echt Hätte mir aber auch ein paar droppen können So geht's lang Einmal Zweimal Schöne große Höhle Boah was ein Riese Licht brauche ich Ganz viel Licht Also die ist ja riesig groß die Höhle Riesen groß Aber Wir haben es hier keine Wir haben leider keine Keine Diamantada gefunden Trotzdem leuchte ich das Ding mal aus Einfach mal zu gucken Was hier so Sache ist Also Eisen hat es hier genug Kannst du eine ganze Armee Ausstatten So den lassen wir mal schön runter kommen Nein du kommst zu mir Bitte Oh brav Hier will ich nicht runter fallen Nein Okay Hier ist sonst nix Jo Also Da sind wir am Ende einer Folge angelangt Von einer Höhle in die nächste Ich habe aber Noch ein bisschen Lust Den Dungeon mal ein bisschen zu erkunden Ob es da noch die eine oder andere Truhe gibt Den Spinnenspawner haben wir ja soweit fertig gemacht Das bedeutet für mich Ich finde es ja hier richtig geil Aber Der Dungeon ist natürlich auch noch zu erkunden Ne Der will ja auch noch gemacht werden der Dungeon Wobei ich Irgendwie in der Nase habe Das hier Hier in der Nähe auch Ja man Kann nicht weit sein Kann nicht weit sein Die Diamanten Müssen irgendwo hier unten sein Aber der Höhlenkomplex ist schon gewaltig Pilze gibt es hier Wir brauchen für Pilze glaube ich Wir brauchen für verschiedene Arten Brauchst du glaube ich immer zwei verschiedene Arten Pilze Wir schauen nochmal kurz hier rein Und sind am Ende einer Folge angelangt Und ich spiele und spiele weiter Einfach Nein genau Wir müssen jetzt mal stoppen Das muss jetzt aufhören Ich werde jetzt zurückgehen zum Dungeon Und da sehen wir uns gleich wieder Und zwar In der nächsten Aufnahme Macht's gut ihr Lieben Schickt mir ein paar Daumen Drückt mir die Daumen Dass ich den Dungeon erreiche Und Bis dahin Ciao ciao Macht's gut Tschüss